Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Together mit Asraltar. Ja, hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo Knolle. Und Aprisos. Roi! Er springt mir direkt ins Gesicht. Ja, geh mal raus, oder? Ach, die Tür, die nervt. Ich laufe da immer vor. Ja, letztes Mal habe ich den Zaun da oben gemacht, aber die Allee hier unten ist glaube ich noch nicht so ganz fertig. Da wollte ich gerade mal gucken. So, Knolle kommt nicht, dann mache ich die Tür erst wieder zu. Ich glaube, hier müssen noch ein paar Bäume hin, ne? Ja. Ja. Ähm, an meinen Zuschauer, wie ihr seht, habe ich jetzt wieder einen Shader drin. Ah, da fehlen noch welche, genau. Aber ich habe schon wieder... Warum ist es immer in der Aufnahme so? Ich glaube, Aufnahmen sind jetzt nicht mehr gut. So, da es jetzt langsam wieder nach wird, kommen wir erstmal wieder zurück. Ach, können wir ja schlafen gehen erst, oder was? Na, dann gehen wir ja schlafen, oder wie sehe ich das? Ja. Ja, wäre schlecht. Wenn wir gerade alle beim Haus sind, oder? Sterne sind zu sehen, dann geht das ja, ne? Ja. Dann lass uns erst schlafen gehen. Nein, ich komme jetzt nicht mehr rein. Bei dem hier beim Haus, hier fehlen noch zwei Treppenstufen, ne? An der Innenseite. Ja, müssen wir noch machen, ne? Da haben wir den Hühnerstall ja weggemacht, ne? Richtig. Wo ist Knolle denn jetzt? Ja, ich komme gerade. Ich hatte gerade noch... Er wollte gerade noch seinen Monsterjäger fertigstellen. Ja. Klar. Ne, ich muss jetzt nochmal... Okay, sind wir durch. Durch die Nacht sind wir schon. Gut, dann gucken wir mal weiter. Durch die Nacht. Durch die Nacht. Also... Ich muss jetzt den Setzlinge noch holen. Kommt noch einer nach außen, dann lass ich das Tor offen. Ich hab's zugemacht, egal. Ja. So. Jetzt hab ich den Screenshot gemacht. Ist vielleicht auch mal ganz hilfreich, der Screenshot. Man weiß es ja nicht. Ja, jetzt hab ich 30 FPS. Jetzt geht's. Nehme erstmal die, damit die weg ist. Was hab ich denn alles in meinem Inventar? Ich hab noch die ganzen Spitzhacken. Also, es sind nur noch Setzlinge. Er wollte in die Miene gehen. Ich wollte ja jetzt... Haben wir uns so abgesprochen, dass ich jetzt mal für meine Zuschauer ein bisschen was Spannenderes mache. Ich so erst mal am Platz für mein Haus und ich glaub, ich seh Gott strahlen. Ähm, Setzlinge sind auch noch in der Holzkiste, ne? Sind doch Setzlinge in der Holzkiste, ja. Dann wühle ich hier nicht rum, dann geh ich die aus der Holzkiste nehmen. Sind genug da, ja, ne? Musst du gucken. Also, ich weiß ja nicht, welche du nehmen willst und wie viel. Ich glaub, das spielt doch keine Rolle, oder? Deswegen kann ich dir auch was sagen, ob genug da sind. Spielt keine Rolle, welche wir nehmen, oder? Ich bleib, bis du die ganze Zeit auf der Tür stimmst, du kommst. Wenn du da raus Holzkohle machst, ähm, ändert sich da nicht viel mehr. Gut. Oh, ich dachte gerade, ich laufe durch die Dings, aber ich habe ja jetzt Optifine drin. Deswegen sind die Penzer jetzt nur noch eins. Vier Wirkensetzlinge sind da dran, ne? Okay, die werden's dann eigentlich nicht, weil wir da, glaube ich, irgendwie Eichenholz haben, oder sowas, ne? Ich bin mir da aber jetzt auch nicht sicher. Ne, das ist... Für was? Für was jetzt? Vorne sind Eichen, die da stehen an der Allee, ne, oder? Äh, ich glaube, ja. Dann nehmen wir weiter Eichen, oder? Ja. So, gleich gibt's ein bisschen Hühnerfleisch. Ist nur die Frage, ob hier überhaupt noch Eichen stehen, oder hier steht nämlich doch, da ist noch was. Ich mach mal aus dem ganzen Weizen, ähm, Brot, oder? Du kannst ja auch ne Eiche pflanzen, die dann 100 Folgen stehen bleibt. Das wäre dann so ein 100-jährige Eiche. Oh, 100-jährig vor allem, weil sie 100 Folgen steht. Die wäre vielleicht, wenn's hochkam, wahrscheinlich ein Monat alt. Ja. So, gucken wir mal hoch. Nahrung, da kann ich ja mal das alte Zombiefleisch rein tun. Hier sind keine Bäume. Zack, zack. So, also, ich nehme jetzt einen Eimer mit, ein bisschen Stein und ein bisschen Holz. Wie gesagt, Nahrung muss hier drin sein, ansonsten brenne ich unten noch gerade Hungerfleisch, da kannst du hier auch noch rausnehmen. Ja, hab mich schon gemacht, ein bisschen. Achso. Also, ich hab hier was auch noch aus der Kiste genommen. So, ich glaube, jetzt hier rüber, ich hab ja hier drüben so eine Holzplantage schon gemacht, da geh immer jetzt ein bisschen Holz holen, ne? So, ich hab alle Werkzeuge dabei, ich hab was zu essen dabei, ich hab Fackeln dabei, ich hab Kohle dabei, ich hab Sticks dabei, also, und hier hab ich meine Schauflänge genommen auf, weil ich Kuh gedrückt hab. Man hört, er ist Trommler, er hat seine Sticks dabei. Jetzt hab ich, äh, jetzt hab ich gar keinen Weiß mehr für die Schafe und Mist. Ja, das pflanzt sich ja an. Ja, also, ich geh jetzt erstmal dahin, wo ich denke, dass mein Haus hinkommt. Na dann. Ach ja, ich hab, da ist ja was, weil ob die fallen mit dem Zoom. Äh, was war das denn jetzt, bitteschön? Das sind hier Eichen, ne? Und mir fällt ein Apfel vor die Füße? Ja. Ja, das ist so. Das ist ja cool gewesen. Naja, okay, dann hab ich jetzt auf jeden Fall was zu essen. Nein. Du bist ja vollkommen begeistert. Blöd ist nur, dass ich meinst, kannst du auch durch Eichen Äpfel bekommen. Das sind das Eichen Äpfel. Okay, alles klar. Die sind ein bisschen härter, ein bisschen bissfester. Ich weiß nicht, Schweine essen Eicheln, ich hab noch keine gegessen. Eicheln? Achso, ja. Ich dachte jetzt, meinst du bei Minecraft. Ja, im realen Leben, meinte ich jetzt. Was? Was ist das? Ah ja, genau. Da war doch was. Da war was, ne? Es gibt ein Leben außerhalb von Minecraft, oh mein Gott. Widerlich, ne? Hä, was? Was ist Leben? Ja, jetzt ist doof. Ich hab jetzt drei oder vier Bäume, aber keine, ah, da ist noch ein Setzling. Fast keine Setzlinge. Ja, du musst die Blätter kaputt hauen, dann kommen ab und zu aufs Setzling raus. Ja, okay, dann hau ich die Blätter kaputt. Oder Äpfel halt. Also Äpfel, für euch, nicht Sachsen. Ja, Äpfel, wir haben auch Äpfel, so ist nicht. Pferdeäppel. Pferdeäppel haben wir, genau. Okay. Jetzt haben wir noch einen Setzling mehr, super. So, ein bisschen Entgrasen. Entgrasen. Ja. Also ist dir schon schlecht, wenn das hier so in der Natur rumsteht, ne? Wenn man hier so Häuser bauen will. Ich kann dann wenigstens Entlauben sagen, ne? Ja. Jetzt, die haben ein paar Schafeln mitnehmen müssen. Biologisches Entgrasen. Biologische Entgrasen, ja. Ne, ne, ich trage jetzt erstmal ein bisschen die Erde ab, damit ich eine gerade Fläche habe. So. Da ist nur einer. Da liegt auch noch einer. Doch, das passt. Okay, jetzt kriege ich doch tatsächlich durch das Blätterwerk ein paar Sätze Länge mehr. Ja, das ist... Ja, dadurch kommen die auch nur. Echt? Ich dachte, die kämen durch das Holz schlagen. Ne, ne. Das ist da zufällig, wenn ich es brauche. Ne, ne, die Blätter fallen ja nach und nach ab. Also. Äh, okay. So habe ich gerade einen richtig großen Leck. Okay. Äh, hier kann ich sogar unser Haus sehen. Das heißt... ...druck, dass ich hier auch bauen kann. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wo er sein Haus hinbaut. Das wirst du wahrscheinlich direkt sehen, wenn ich die ersten Wände gezogen habe. Okay. So, ich muss mir fast Gedanken machen, dass ich mir hier eine Treppe hinbaue. Schon jedes Mal so ein bisschen den Toppen muss hier. Das wäre mal eine Maßnahme. Das habe ich gar nicht gezählt. Oh, das passt sogar genau. So. Ach, der war sogar einer falsch. Naja, ist egal. Naja, das ist ja so, dass ich hier keine Sonne mehr am Haus. Jetzt weiß ich auch schon, wo eigentlich das ist. Okay, Moment, muss ich den Kleid mal gucken, was man muss bei mir widersetzen, wir am Klanzen auch. Ich mache das Haus so wie das, wie unser Haus, so nach dem Stil. Okay. Also, an den Seiten immer Holz. Jetzt fehlt mir doch ernsthaft ein... Ach, hier sind ja auch Bäume. Ich wollte schon sagen, mir fehlt ein Holz. So. Habe ich noch eine Axt dabei? Ich glaube, doch habe ich noch eine. Okay. Ich habe jetzt eine Axt dabei, immer. Also, ich habe das jetzt schon geschafft. Wir sind Lernke. Das habe ich jetzt alle weggebracht. Ne, ich habe da nicht alle mit. Aber fast alle. Ich habe keine Hacke mit. Oh, doch ein Apfel gespawnt. Das ist Spawn, wie das immer klingt. Ja. Ich habe ihn ja vorher nicht gesehen. Der ist mir aufgefallen. Nein, den habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Der kann ja gar nicht gefallen sein. Vielleicht bist du auch nur Minecraft blind. Weil Minecraft ist das ja ein realistisches Spiel. Ja, klar. Dann sollten die eigentlich schon am Baum hängen. Also, wenn nicht, dann tut es mir echt leid. Dann entweder bist du blind oder... Ich weiß es nicht. Mhm. Irgendwie verwachsen die Bäume hier am Rand. Vielleicht sollte ich mal ein Apfel essen, damit ich hier meine Gesundheit wieder auffrische. So. Ich weiß ja nicht, ob ich das so lassen soll, aber eigentlich sollte das so gehen. Das wird schon eine gute Nacht. Das darf doch auch sein. Schon wieder wird es Nacht. Ja. Voll der Zocker. Schon wieder wird es Nacht. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ja, okay. Dann muss ich mal nach Hause laufen. Ja. Die Sonne ist zu sehen. Aha, die Sterne kommen gerade raus. Ja, ähm. Ich brauche mir gerade noch die... Wenn er jetzt fertig, das dauert nicht mehr lange. Oh mein Gott, ich bin es gerade dunkel. Ich komme schnell nach Hause. Der Mond ist auch schon aufgegangen, ja? Der Mond ist aufgegangen. Sehe ich. Halbmond. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, wahrscheinlich bei dir, wenn du am Haus stehst, ist er wahrscheinlich hinter dem Hügel da. Ja, der kommt jetzt hinter dem Hügel da hoch. Ah, ja, jetzt sehe ich ihn. Ja, aber du standst höher wahrscheinlich. Oh, Knolle wahrscheinlich ein Haus baut. Nein, das sieht nur so aus. Ach, alles klar, das ist ein Haus. Gut, dann gehen wir schlafen, oder? Ja. Knolle kommt auch, Knolle kommt auch. Wunderbar. Dann gehen wir schlafen. Ich stehe schon im Bett. Gut. Dann kann ich jetzt die Allee fertig machen. Jetzt habe ich genug Sitzlinge dabei. Acht Stück sollten ja auch erstmal reichen, oder? Nee. Kann ich sie auch machen? So, wie hatte der Michael das gesagt? Erstmal Zaun, ein Freibaum, eins, zwei, drei, vier. Oh, du, ich habe mir das nicht gemerkt. Das war deine Aufgabe. Ich hatte jetzt auch nur laut gesprochen, äh, laut gedacht, aber das war schon klar, wie er das haben wollte. Also, ähm, ist jetzt auf jeden Fall keiner in der Hülle bis jetzt, oder? Nö. Nö. Gut, da unten ist da noch eine Kiste. Ich glaube, das ist... Also, in der Werkzeugkiste sind auf jeden Fall noch Spitzhacken. Das kann ich nicht sagen. Ja, stimmt, du hast ja klein so eine Masse gemacht, ne? Zwei, drei, vier. Nee, da muss ich nicht mehr. Man muss ja nicht jetzt gleich übertreiben, ja. Es war nur irgendwie hundert Stück. Danke, ich war nicht hundert, aber... Es grenzt schon an, es ist sehr viel zu sein. So. Mhm. Da noch einen hin. Gut. Jetzt habe ich den natürlich weggemacht, aus Versehen. Eins, zwei, drei. Ah. Gut. Egal, nehmen wir jetzt mal gerade die Spitzhackse und machen damit die Erde weg. Spitzhackse? Äh, die... die Axt. Nee, nee, ich meine nur die Spitzhackse. Ja, genau. Die Spitzhackse. Die Spitzhackse nimmst du jetzt. Dann muss da noch ein Baum hin, aber jetzt habe ich kein Setzling mehr, ne? Toll. Naja, ist egal. Okay. So, in der Nahrungstruhe sind jetzt schon sechs Hühnerfleisch und zwölf Brote. Ich dachte schon, es sind jetzt sechs Hühner. Nö, in der Truhe, das wäre ja... Ja, in der Truhe sind jetzt sechs Hühner. Das wäre ja keine gute Haltung der Tiere so in der Box. Das gibt es nicht. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Dann kommt man... Das sind die Birkendinger, da oben sind die Eichen, alles klar. So, dann wollen wir da noch einen hinsetzen, dann sieht es auch schick aus, ne? So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber die Folge wird langsam alt. Ja. Echt? Ja, ich sehe es schon mal. Sie kriege ich langsam verhalten. Gut. Ich habe noch so sieben Erddinger, die will ich gerade hier noch verteilen. Ja. Dann habe ich das... Gut. Ähm, Apresis, du bist ja gerade am Haus, ne? Ja. Ähm, kannst du mal gucken, ähm, wie viel... Wie heißt das? Das sieht eher aus im Moment, als... Wie viel Wolle. Ja, wie viel Wolle, ja. Wie viel Wolle werden wir noch nicht viel haben, weil wir ja noch nie so viele Schafe haben. Das ist ja genau das. Ja, ich wollte fragen, ob wir mindestens... Äh, also ob wir drei haben. Äh, Moment. Ja, das ist ein Glas, ne? Wenn schon, sonstige Blöcke hinter der Tür. Äh, wir haben... Ich kann es dir ganz genau sagen, auf dem Blog genau null. Genau null. Also, du müsstest erst mal herkommen, um die Wolle zu scheren. Ja. Werkzeuge, haben wir die irgendwo? Ja, hinten so eine kleine Kiste. Ach, hinten hinterher, ja. Da ist sogar eine Schere drin. Ja, ja. Du musst ja sowieso mal herkommen zum Ende der Folge. Und dann kannst du gleich die Schere nehmen, dann nächste Folge. Okay. Aber im Moment sieht das bei dir da drüben mehr aus wie ein Bunker als ein Haus, weil gar keine Fenster. Ja, ja, das kommt mir noch. Ich habe extra kein Glas mitgenommen, weil ich habe jetzt erstmal hier, das ist der Grundriss. Dann baue ich nachher die Fenster raus und dann kommen nachher die Fenster rein. Dann baue ich nachher... Dann höle ich nachher aus, weißt du. Ah, okay. Wie so eine Sandwurz, weil ich mache das dann. Gut. Okay, das Holz behalten wir. Die Setzlinge, waren die in der Holztruhe drinne, ja, ne? Ja, ja. Die tue ich da wieder rein. Dann jetzt zu Holz. Tue ich da wieder rein. Und die Fackeln, die da drinne sind, braucht die noch einer? Also ich hatte mir erst Fackeln genommen, also... 32 sind nämlich noch drinne. Ich habe noch einen ganzen Stack eigentlich. Ja, dann nimm sie. Dann nimm sie. Ich nehme mal 16 da raus, ne, die Hälfte. Du bist ja fürs Holz zuständig, du machst ja dann eh neue Fackeln. Ja, oh Gott. Ich habe nur keine Kohle. Ja, die kannst du ja aus Holz machen. Ja, klar. Okay, ich glaube dann, wo ist Knolle? Ich... Warte, den kannst du sowieso nicht ins Bett legen. Ja, ist mitten am Tag, genau. Gut, dann beenden wir das Ganze jetzt hier, würde ich sagen. Ja. Ja, dann... Ich baue hier noch während der Verabschiedung ab. Gut, aber du musst auch verabschieden, weil du... Wo bist du denn jetzt, Knolle? Ja, okay. Ich bin mal im Bunker. Ach so, alles klar. Wie hab ich das so schön gesagt hat. Okay, dann... Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Was sagt die noch zum Schluss? Genau. Ciao. Tschüss, bis dann. Vielen Dank.